Was wir Neues bei GoldenPipe haben, sind die Plastiktosen. Ab nächster Woche werden die GoldenPipe-Sorten alle auf den Plastiktosen erhältlich. Alle alte Sorten, neue Sorten und alles was dazu gehört. 50 Gramm haben wir auch neu. Ungefähr so 20 bis 30 Sorten jetzt in 50 Gramm Einheit auch erhältlich, ab nächster Woche. Das hier zum Beispiel Blue Guava, Cola Dream, werden 4,50 Euro kosten. Was wir noch Neues haben, ist VIP-Tabak. Wird 13,90 Euro kosten. VIP-Tabak hat ungefähr 16 Geschmäcker amerikanischen Aromen, da wir mit einem Hersteller aus den USA einig sind. Er schickt uns dann die Zusammtes mit den Aromen. Es hat eine ganz andere Geschichte und auch vom Preis her super günstig. Das sind hier die Dosen für Österreich. Wir liefern auch ins Ausland. Zum Beispiel das ist Leptens. Das ist natürlich hier mit den Schockbildern, mit der neuen Regelung. Demnächst wird GoldenPipe auch so Schockbilder haben und auch andere Namen haben. Wir arbeiten dran, sodass wir in den nächsten Monaten auch genauso wie wir in Österreich machen bei GoldenPipe. Wir haben eine GoldenPipe App. Beim Start kann man hier über News gehen und die ganzen neuen Sachen werden angezeigt. Zum Beispiel die VIP-Tabak. Hier die ganzen Informationen über den neuen Tabak. Wenn man jetzt hier zurück geht, dann kann man uns zum Beispiel auf der Enter-Tabak sehen. Die ganzen Informationen, welchen Stand sie sind und so weiter und so fort. Die 50 Grammar sind auch in den News angezeigt. Das sind dann halt Sachen, die wir neu haben. Wenn man hier unter Menü klickt, dann geht man über Sorten zum Beispiel. Dann sieht man die ganzen Sorten von GoldenPipe. Und natürlich die Sorten von Chewbacca und von Fresh Edition und von VIP. Wenn man hier unter die Suchleiste geht und über die Suchleiste geht und zum Beispiel Apfel schreibt, dann werden sich alle Sorten, die mit Apfel zu tun haben, angezeigt. Zum Beispiel Turkish Night oder Doppelapfel oder Apfelpistachi bei GoldenPipe oder solche Schleiste bei Chewbacca und bei VIP. Also alle Tabakmarken, die Apfel haben. Das Gute dabei ist zum Beispiel, wenn wir jetzt die neuen Namen haben mit den Schockbildern. Alle Namen werden sich ändern. Dann hat man hier eine Übersicht mit dem richtigen Bild und mit dem richtigen alten Namen. Und dann sieht man natürlich den alten Namen und den neuen Namen. Zum Beispiel Arabic Tourapfel heißt dann zum Beispiel Arabic Orient. Dann kann man hier über die App suchen und klicken Arabic Orient. Achso, das ist Arabic Tourapfel. Dann kauft man das Richtige dann. Das ist halt, warum wir überhaupt diese App gemacht haben. Warum wir diese Gedanken gemacht haben. Nur wenn die neue Regelung jetzt zuschlägt, wenn sie dann auf dem Markt ist, dann sieht man dann den richtigen Namen, die richtigen Bilder und auch neue Bilder und neue Namen. Die App wird dann ab nächster Woche zum Runterladen verfügbar und die kostet nichts. Da kann man gratis runterladen und installieren.